Die Klimadialektik von Spiegel und Rahmstorf. Dürre und Hochwasser gleichzeitig. In 20 Jahren kein Eis und Schnee mehr. Das war gestern. Das neue Narrativ, aktuell vom Spiegel vorgeführt, ist dialektisch und verspricht alle möglichen Extreme gleichzeitig, die alle Folge der Klimakrise seien. Zitat, wo entstehen Dürre-Regionen, welche Gegenden ertrinken im Regen? Deutschland zerfällt im Klimawandel in unterschiedliche Regionen. Manche werden wohl kaum betroffen sein, einige dagegen umso heftiger. Das zeigt eine aktuelle Risikoanalyse. Zitat Ende. Wer die Analyse erstellt hat, wissen wir nicht, da der interessante Artikel hinter der Bezahlschranke steckt. Ist aber auch gleich, da zu viele Forscher im Sinne ihrer Finanzierung bereit sind, herauszufinden, was politisch gefällt. Eine einfache Logik. Die Erde hat rund 510 Millionen Quadratgegern. Deutschland rund 0,35 Millionen Quadratkilometer. Das sind nur 0,07 Prozent. Und da findet der Spiegel Klimaänderungszonen. Nach klassischer Wissenschaft gibt es in Deutschland nur die gemäßigte Klimazone. In atlantischer Ausprägung. Feucht-Mild. Zum Teil auch in subkontinental, trockener, mit deutlich ausgeprägten Jahreszeiten. Mehr nicht. Das Hochwasser im Rhein-Einzugsgebiet ist nicht den ausgeprägten Regenfällen und dem verlangsamten Jetstream geschuldet, sondern miserablem Krisenmanagement und suizidaler Bauweise mitten im Überschwemmungsgebiet. In Eikes Heimatstadt Jena gab es Starkregen, aber die Saale besitzt vor allem im Stadtgebiet eine erhebliche Flutungsfläche im Bett, die einen dreimal so vollen Fluss aufnehmen könnte. Auch Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beharrt im Gespräch mit Karen Miosga auf der dialektischen Theorie. Zitat, dass im Sommer die Westwindbewegung, die bei uns in den mittleren Breiten vorherrscht, sich verlangsamt, und zwar, weil die Arktis sich etwa dreimal so stark erwärmt hat wie der Rest des Globus. Und die Temperaturdifferenz, die die Westwinde antreibt, wird dadurch schwächer. Und das bedeutet, dass eben sowohl Hoch- wie auch Tiefdruckgebiete auch mal länger bei uns herumtrödeln können. Gewissermaßen, die bleiben länger auf der Stelle stehen. Zitat Ende, Stefan Rahmstorf. Dass X sich schneller erwärme als der Rest der Welt, ist eine in den letzten zehn Jahren häufig gemachte Aussage. Wobei X für nahezu jede Region stehen kann, was die Aussage als zu Recht erfunden kennzeichnet. Außerdem wurden schon die gewaltigen Schneeberge der Nordhalbkugel zwischen Dezember und Februar mit dem geringen Temperaturunterschied erklärt. Nebenbei, wirklich extreme Wetterereignisse gibt es auf der Welt, gerade in Brasilien. Da fällt die Arabica-Kaffeeernte teilweise aus. Wegen Kälteeinbruch. Fassen wir also zusammen. Zu heiß heißt Klimakrise. Zu kalt ist auch Klimakrise. Zu trocken ist natürlich Klimakrise. Zu nass bedeutet Klimakrise. Und auch bei normalen Verhältnissen haben wir eine Klimakrise. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Axel Robert Göring und Klaus Puls. Für EIKE, das Europäische Institut für Klima und Energie.